recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist es reiter und wir sind in folge nummer 16 17 weiß ich jetzt nicht gerade ich glaube wir sind in folge nummer 17 von simo tranz mit dem comic park ja hier unten fährt unsere schicke schmarspurbahn und wir können mal gerade noch mal reingucken da waren acht passagiere drinnen von 180 läuft ein bisschen schlecht aber das muss ich jetzt erstmal ein bisschen einpendeln und vielleicht fährt der ein oder andere ja auch dahin und die städte die wachsen hoffentlich auch und dann gibt es auch ein paar passagiere mehr aber das machen wir alles nicht jetzt weiter sondern wir gucken uns nach anderen sachen nach dem intro werden wir wissen was das ist ist gleich so dann gucken wir mal das bildchen das schon mal hier unten dann können wir später noch mal ein bisschen darauf achten vielleicht oder sowas wie es die ist falsch wir müssen die anderen nehmen jetzt müssen wir mal gucken was wo ist linienverwaltung alte stellen dann kann man gucken bezeichnung nicht wartend und andere richtung mit man ist richtig was los 177 passagiere wohnen wo nicht den ja beim er königweg mit man radhaus 71 davon da kommt schon eine kutsche da lädt jetzt gerade ein paar ein sind die frage wie geht es da weiter eislingen nach jena nach mit man ok zu einer anderen straße von mit man geht es auch noch da hinten auch hier ist noch zwei häuser weitergekommen ok da müssen wir da auch noch weiter ausbauen jena ist das nicht alles schon mit dingen zugefasst hier ok über mit man ehrkönig über mit man ehrkönig dann passt das ja aber wo kommen die jetzt gerade bitte schön weg wo ist noch eine kutsche darauf die dann hin und her fährt da oder das stadt bus jena nennen ist es der nicht ja hier geht auch ein zug lang warte mal machen wir das zu alles da wollte ich nicht runter machte das hier will ich auch nicht über hier einfach die karte verschieben mit falltasten sind ja wo einer noch drauf der fährt jetzt hier unten hin denke ich mal stadt bus russlau süd das passt schon wo kommen denn die fahrgäste hier weg dann ist das der stadt bus ist schon klar aber die wir noch nicht hier generiert oder doch oder doch das könnte sein dass die hier generiert sind aber da müssen wir hier definitiv noch eine kutsche mehr haben der stadt bus hier muss ausgebaut werden das und das war noch sechs leute und hier fahrplan und stadt bus mit mann und starten das haben wir noch mal mehr waren da schon zwei weil der muss ja voll beladen sein ist aber gar nicht voll krass oder und der warum werden die denn da nicht rübergebracht warum ist die kutsche leer da ist alles in ordnung erwarte der ist es hier nee da ist auch alles in ordnung ja das versteht jetzt gerade keiner oder sowas macht er hier oben da muss ja auf jeden fall welche mitnehmen tut sie auch machen wir gerade hier ein bisschen schneller so jetzt kommt die kutsche da an die werden entladen nimmt keine mit das ist nach dahin deswegen vielleicht so die kutsche fährt wohin wenn man rathaus hat entladen fährt dann da auch hin beide haben keinen aber hier hier müsste jetzt ne hier der ach da doch da doch da muss er hier unten jetzt auch welche kriegen oder jetzt müssen wir nur hier weiter ausbauen das bedeutet zwei bushaltestellen mehr so wie das aussieht ist auch vollgeladen passt geht doch so linie neu machen dann hier warum steckt er fest blockiert oder einer im bahnhof steht und da sind 88 drinnen ne 81 warten da das ist der zug ne sind nur vier drinnen der fährt nach mit mann das ist alles im norden glaube na roslau ja das ist intern ja ich glaube wir müssen dem hier gerade sagen war mal zu dem ziel damit er da raus ist und er blockiert uns den zweiten zug dann wird er nicht mehr blockiert glaube eine postkarte um sechs passagiere sind da ok und wenn er da vorbei ist dann müsste der auch wieder fahren so sieht es aus der hätte noch lange gewartet und der passagiere stehen hier das ist auch nicht so optimal vielleicht sollten wir da definitiv einen zweiten bahnsteig bauen ne machen wir nur so auch wenn ich es gerne weiter gehabt hätte mach den dahin so das passt jetzt will ich aber doch noch hier was machen nämlich das hier und dann gibt es da noch ein paar signale das ist da und das ist da jetzt könnte dieses signal da weg kann das sein oder nicht er würde nicht losfahren wenn er auf dem kurzen stück hier es würde dann fahren aber ich glaube schadet sowieso nix wenn wir die lassen lassen war so gut 186 126 passagiere warten da das ist geklärt wir sind wo stehen geblieben bei jetzt warten jetzt warten zittau ganz viele oder habe ich es jetzt doch falsch rum warte da war da nur einer mit man ist jetzt keiner mehr so viel am warten ok wir müssen trotzdem weiter ausbauen das war das ziel das ist verkehrt wir brauchen busse und zwar kutschen mäßig ok geht natürlich wieder mal nicht da müssen wir auffüllen das muss da hin und dann kann das weg das wieder hier hin das da hin passt und das muss da hin gut und dann muss da noch was hin das ist erstmal so richtig und dann müssen wir hier aus exen straße das nach da muss weg und dann muss das da hin um hoffen dass es so geht so zwei neue haltestellen buslinie umstellen stadtbus metmann ist der da kannst du schließen ganzen fahrplan aufrufen metmann rathaus ehrkönig rathaus dohans das heißt nächster halt ist wieder rathaus dann da dann wieder rathaus dann da passt hier ist es ein bisschen doof mit der straße gefällt mir natürlich gar nicht kann man die auch abreißen oder lassen wir jetzt so das hat sie motron selber gebaut auch dieser kreisverkehr der ist jetzt nicht so schick aber ist halt so so wie sieht es denn hier aus 68 passagiere das sieht doch gut aus warte mal werden auch plus da wird noch minus gefahren hier unten auch minus wir haben aber noch knapp zwei millionen das sieht erstmal gut aus dieses haus ist das abgedeckt natürlich nicht natürlich nicht natürlich nicht alte stelle ist da und müsste da sein wenn wir das dahin bauen dann denke ich mal machen wir das gerade ein bisschen anders denke ich mal dass wir da erstmal begradigen vielleicht so sieht es gut aus da auch noch einmal kannst du das wieder zu machen nimmst du das und fährst du da rein machen wir mal so güterbahnhof postfracht so auch abgedeckt ist jetzt hier in dem bahnhof mit drinne und dann ist das hier nämlich auch anschluss mit dem passend kann man so lassen kommt schon der nächste mit 56 passagieren 4000 miese oder postkarten hier unten drin wir bekommen hier weiter voran die steigen fast alle aus noch nicht aber 61 sind wieder eingestiegen auch gut so wir stehen dann hier unten beim nächsten bahnhof ach nochmal 36 ok die häuser sind alle drinne hier haben wir alles passend gehen wir hier gucken hier ist nicht abgedeckt das bedeutet wir müssen hier auch wieder eine straße bauen und der ist da das bedeutet hier geht es weiter dann würde ich mal sagen machen wir das doch so und so und klauen von da nach da das und setzen dann die bushaltestelle mit der post hier hin ich glaube das ist so richtig oder müsste das abgedeckt sein das geht bis da das geht bis da alles ist gut und dann müssen wir eislingen statt bus eislingen raussuchen und den fahrplan da ändern rathaus ist hier und dann ist da der halt dann haben wir das auch richtig ne wunderbar 46 sind da drinnen 6 sind nur da drinnen wir gehen mal weiter gucken hier muss ja weiter statt sein oder wer ist das das ist aber auch wenn da was gebaut worden ist alles noch abgedeckt hamburg ist das dann das nächste nach hier ja das neue sind und das neue sind sind aber auch abgedeckt das war nett nett finden und nicht weiter statt weiter statt ist hier unten und das braucht noch halt mehr das heißt hier muss der halten also wieder aufschütten erst ja ich glaube das ist so richtig und da muss die haltestelle hin das sieht gut aus na so dann weiter statt statt bus das kann weg plan muss her statt bus weiter statt da war plan ist da weiter statt wo rathaus passt noch mal das und dann das und dann ist richtig so haben wir das auch erweitert ja und da müssen wir in der nächsten folge dann gucken hier unten geht es ja auch noch weiter da werden es wahrscheinlich noch mehr örtchen geben die das da geht nichts das ist klar dass da nichts gebaut wird das ist ja auch die orthodoxe kirche aber irgendwo muss ja noch ein örtchen sein ich weiß bad zwischen an oder welche war das naumburg ist hier musste auch haben bauen war nächstes mal ist hier etwas einfacher weil wir das nur da einsetzen müssen aber das machen wir alles in der nächsten folge ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn es nächstes mal wieder mit dabei seid falls ihr noch keine web macht 1 falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wir das nächste video hochladen gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao jo 6 3 passt